170 190.000 ok das bringt nicht viel hier noch mal was raus dann wären wir bei 240 die können aber auch noch mal es wäre knapp es wäre echt knapp wollen wir das wirklich machen wir könnten wir könnten es versuchen aber ich glaube das wird zu knapp da sollten wir vielleicht noch mal zu 23 missionen machen und den haben wir jetzt markiert mal gucken wir mal das average 10.000 ok ok ja das sieht ganz gut aus wenn ich die beiden habe dann müsste es hinhauen das ist ja immer noch markiert sehr gut finde ich auch auf jeden fall wieder zurück dann haben wir sieben türme anstatt nur vier sehr geil keine zeit wir haben hier oben drauf zwei links und rechts zwei vier stück ne 6 sechs türme ne links und rechts nur einen aber doch vier stück drei mehr ja gut brauchen wir ein bisschen knete um es aufzurüsten aber zumindest denke ich ist das eine gute chance auch unser schiff so weit tauglich zu machen dass wir story technisch weiter kommen denn dafür brauchen wir auf jeden fall viel mehr feuerkraft ja alles kremen du das wird richtig gut das wird richtig richtig gut so wie du hast entdeckt 41 credits bekommen wenn es das nicht bringt man das kann spätestens zügeln an der waage sein wahrscheinlich vielleicht obwohl eigentlich eher nicht ich hab ja keine zeit für hallo könntet ihr bitte einmal aufs Bewege so wir können schnell weiter fliegen ja ja ist ok du mit deinen doofen Raketen so wir stellen ist ja nicht weit weg obwohl 780 knapp aber jetzt fangen wir schon wieder an die letztes mal das wir nicht so richtig sparen sondern halt schon vorher dann das neue Schiff holen wobei letztes mal hat es auch einiges gebracht muss man ganz klar sagen das durfte es dir immer gleich die Raketen ausballern warum ich das nicht von mir aus sagen kann ab wann er die ballern soll das ist echt ein bisschen schade dann werden die ganzen guten Sachen für so kleine Schleppel zulfe auch was toll unnötig ist kein Spiel ist perfekt muss man auch sagen ich wollte gerade sagen bitte bewegt dein Shifter aus Was sind ach sehr schön ja ist ok ist ok die meisten sind aber nicht glücklich So, dann muss ich draufstehen. So, und jetzt noch den da hinten bitte. Ja, sieht schon ganz gut aus. Wir haben fast unseren eigenen Hebrot gemacht. So, das haben wir schon. Custom Waypoint. Ich bin gespannt. Wie fern wir jetzt? 118 oder 10.000 bekommen. Ja, das macht es ein bisschen einfacher. 276 brauche ich, das heißt jetzt fehlen dann so knapp 160.000. Ja, die können wir halt durch die einzelnen Verkäufe dann erreichen. Wobei natürlich, wenn wir jetzt hier nochmal so knapp 10.000 kriegen, vielleicht nochmal hier und da irgendwas, was wir verkaufen können. Dann brauche ich auf jeden Fall nicht den einen oder anderen Ton noch mitverkaufen. Dann kann ich erst noch was heilen. Oh, sehr schön. Wobei hier so ein Kristall geantiert ohne Respekt, ne? So. So, ich gehe kaputt. Jetzt muss ich kaputt gehen. So, und? Ist hier was dabei? Wie, da ist nichts dabei? Hallo? Oh, das kann man schon nicht drauf sehen. Ich, ich hätte hier gerne Sachen. Hm. Okay, also das ist nicht... Hm. Das ist ja doof. Ist okay, ich fahre schon. Oder fliege schon. Naja, hätte ja sein können das. Accelerating the Sublight. Das ist okay. Ich hätte jetzt sogar gehofft auf irgendwelche total wertvollen Kristalle, ähm, die man halt brauchen könnte, aber anscheinend sind diese Kristalle echt nur Deko, ja nicht. Schade. Also keine wertvolle Ressourcen. Echt Mist. Aber das mit dem Kaufgeld eben war ja ganz schön heftig, ne? Also ich muss echt sagen, puh, holler die Waldfäße. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so extrem ist. Ui, wie sieht der auch wieder aus? Ah, wieder ein bisschen Bonus. Das ist immer noch very high, ne? Also da müssen wir wirklich maßig noch zusehen, dass wir das verbessern. Wenn das so funktionieren soll. Ach, wieso? Ach, immer noch da hinten? Alter Schwede. So, gib mal Gas hier. Ich hab keine Zeit. Das ist echt am anderen Ärmel der Blöckste. Komisch. Naja. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ist ja nicht so, dass wir es eilig haben. Nicht wirklich zumindest. Boah, wie lange dauert das denn? Übel. Hm, ja, könnte ein bisschen. Puh. Weiß ich, dass sich lohnt, ey. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Oder? 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 Oh, die Fähigkeit. Oh, die Fähigkeit. Red. Ordnance completed. Version warning. Ach, nee. So, Revoltsson. Sehr gut. Red. Yellow. Engines at maximum. Ordnance low. Oh, kriegen wir sie alle? Stimmt. Target locked. Target destroyed. Ordnance. Ich glaub doch, das war meine Aufgabe. Oder nicht? Oder nicht? Ich hab mir gleich nicht unbedingt mal gefangen. Target locked. Smashing. Ah, ja. Ich wusste es. Doch, hat funktioniert. Was gab's? 8000 Schlag mich tot. Oh. Okay, das ist mal krass. Um 18 reduziert. Ähm. Da oben ist auch schon freundlich. Bei den anderen immer noch feindlich. Also von daher hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Also nichts weltbewegendes an der Stelle zumindest.